Teenage Mutant Ninja Turtles Ja und Hallihallo meine lieben Mitsucker und Mitsuckerinnen und herzlich willkommen zurück hier zu Teenage Mutant Ninja Turtles Moonhunt in Matappen Mutanten in Manhattan oder so ähnlich auf jeden Fall geht es jetzt ab gegen hier kann man es schon lesen das Level Mega Crank Nein das ist nicht die Schwierigkeitsgrad sondern Crank halt einfach in Mega Auf gehts Ach die kennen wir doch Die waren noch bei Crank im Labor alter Fader Mann wir haben den kleinen Crank kaum besiegt Wie zum Teufel sollen wir den großen an Himmel denn aufhalten Mit konventionellen Waffen wird das nichts wir brauchen mehr Feuerkraft Ja wie Laser, viele Laser Armour firing mal Laser Im Ernst ganze Wagen laden Glück in Masse Jauai Ja genau Kawabanga Ja noch gar nicht Kawabanga gesagt Ich hab kein mal in dem Im Spiel Und cool Ich stemme euch zu Ihr braucht mehr Feuerkraft Ihr solltet zuerst ein paar Schläge ausschalten und ich überlege mir einen Plan Oh nein, ein Crank-Ruide Wir halten aber auch ein bisschen was aus Wir halten aber auch ein bisschen was aus Warum dreht sich denn alles Alter Wie viel hält denn der aus ey Was der Perverse Aufsitzen Ähm Ähm Ihr habt den Crank-Ruiden besiegt aber er funktioniert noch Vielleicht bringt er euch die zusätzliche Feuerkraft Was der fuck Sie scheinen noch keine anderen Gebiete anzugreifen Aber es ist nur eine Frage der Zeit bis sich das Feuer ausbreitet Tchu 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 Ach der kann doch noch mal kämpfen noch Geil Das ist halt nur ULTRA LANGAM So wo muss ich denn überhaupt hin Ähm Ähm Keine Ahnung Keine Ahnung Ein feindlicher Hubsrauber Sie scannen den Boden von da oben aus Also seid vorsichtig Ich hab' ich eigentlich auch jetzt ne Lebensanzeige oder ähh Ist die nur vom Turtle Hm Nein Ich wurde runtergeschmissen Au Alles steht, komm Ah, Raffi ist jetzt drauf, okay. What the fuck? Au, 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 au. Hallo. Oh, der kann mich ja gar nicht wiederbeleben. Verdammt, Leute. Muss ich jetzt echt Pizza fressen. So, aufsitzen, bitte. What the fuck? Hey, der Riesenlaser ist krass. Hey, der Riesenlaser ist krass. Na los, bocht da. Wo sind denn die Bomben? Da. Sammle die Bomben. Ja, ich bin ja dabei. So, Bombe. Bombe gesammelt. Sehr schön. Sau. Nein. Aber da ist schon einer drauf. Nee, noch nicht. Natürlich auch geil in diesen Flammen zu kämpfen. Ich glaube, die macht uns damage. Noch eine Bombe? Au. Bombe gesammelt. What the fuck? Das geht ja auch noch auf Zeit. Okay, der kann ja auch ein Endschlangen fliegen. Donnie wurde entdeckt. Aber das ist bestimmt nur ein Teil deines brillanten Plans. Richtig, Donnie? Och, Donnie. Ihr seid mehr, ja, feine Ninjas. Tja, jetzt müsst ihr euch um einen besonders mies gelohnten Mob kümmern. Erst mal die Bombe einsammeln. Sack. Au. Alter, sind da zwei von den Mistviechern. Los, hoch da, hoch da, hoch da. Los bei die andere Bombe. Wo ist sie? Shit. Nein. 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 Ich war überfordert von diesem Scheiß-Roboter. Ist das Level jetzt verloren oder geht's weiter? Ich glaube, es geht weiter, oder? Hm. Ich bin vorsichtig da draußen. Okay. Wo sollen die sein? Da hinten. Dann gehen wir doch mal gucken. Da sind sie! Ja, genau. Ich bin das Erste am Talort angekommen. Versuch dich zu viel Schaden anzurichten, bevor deine Brüder da sind, okay? Ja, was soll's. Ich werde einfach was holen. Du willst Raketen? Ich geb dir Raketen. Mega-Kommenschlag! Zeng! Ihr seid noch nicht fertig. Na, war klar. Ah, als würde der Fuzzi so viel aushalten, ey. Au! Fangen wir nochmal von vorne an. Also, horche mal! Muss ich die mal? Ja, ich muss die killen. Puh, mit Double Jam ist ja mal krass. Du willst Raketen, es bleibt mal wieder an mir hängen, was? Mega-Kommenschlag! Na, was soll's? Ich geh aus dem Weg! Hallo, es kommt mal nochmal hoch! Du willst Raketen? Ich geb dir Raketen, Mega-Kommenschlag! Wooooieeeeee! Mega-Kommenschlag! Aus dem Weg! Mega-Kommenschlag! Ich kann auch ein paar Bisschen Ballern hier! Du willst laketen? Ich geb dir laketen! Mega, komm und schlafen! Stirb! Hält nie viel aus, ey. Das gibt's doch gar nicht. Fangen wir nochmal von vorne an. Du willst laketen? Ich geb dir laketen! Aus dem Weg! Mega, komm und schlafen! Na. Oh Gott sei Dank. Kann ich die Autos in die Luft sprengen? Ne, natürlich nicht. So, wohin jetzt? Kann der Roboter auch grinden? Schade. Oh nein, die Stadt ist viel schlimmer drin, als ich dachte. Tut etwas jung. Ich orte einen großen Schwarm böser Kerle. Seid vorsichtig da draußen. Warte, ich hol das eben für dich. Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die explodieren ja auch noch. Warte, ich hol das eben für dich. Wuiiii. So, wo muss ich überhaupt hin? Gibt im Moment hier, doch da ist irgendwas, oder? Da war doch gerade ein Ausrufezeichen. Ja. Nice. So Hilfe Rette mich Donnie Ich wechsle jetzt erstmal nochmal zu Leo Ich will da oben den Spacko anvisieren Nein ich bin verwirrt Ich komm nicht zu ihm Au Hallo Laufen die haben wir vorbei Geht's doch Hat ja auch lange genug gedauert Das charnt echt ab Dafür wurde ich geboren Naja geil Donnie hat den UFO Angriff benutzt Ja Ich bekomme Verstärkung Ja wo denn Ja klar Wann wir vielleicht den Roboter nochmal mitnehmen Ja kann wir nehmen den Roboter nochmal mit Das ist cool Dafür ist die unzerstörbar es kommt aber noch ganz schön viel Laser durch Ich muss das mal so sagen da Los aufsitzen So geht's jetzt down sehr schön Ja Wohin müssen wir Wohin müssen wir Ja Wohin müssen wir Ja Wohin müssen wir Ja Ja Ok Ja geil Krieg nachher mein ganzes Team Kommt jetzt zu zweit Super Aber dann kriegt nachher bestimmt mein ganzes Team so Drohnen 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 Oder wie die Dinger auch heißen Bam 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 Oh oh Jetzt ist jetzt weiter Uncool Scheiße Scheiße Die waren zu weit weg Riesenlaser Komm schon der eine ist gleich down Yes Oh Nicht darunter Ja geil Fette Kacke Jetzt haben wir schon 3 Troiden So cool So Wie sieht's aus Ich seh irgendwie nix Kein Einsatz Der Feind hat irgendeine gefährliche Waffe Ihr müsst sie ihn wegnehmen Schicke euch sofort die Position Muiiii Mächtige Super-Arobo-Meter-Laser-Macht-Energie-Explosion Mächtige Super-Arobo-Meter-Laser-Macht-Energie-Explosion Nein Hat aber auch ein riesen Hammer Der ist voll lecker Und das Los Raketen Sehr schön So Jetzt muss ich irgendwie das Ding aufnehmen Oder wie Wie komm ich da runter Also Da muss ich drauf Zirkus Zirkus Kann ich jetzt durchs Feuer Ja Los Macht alles frei Au Was sind das da für Tobos Genau Zerstören Nein Ihr Affen Achtung Ich muss hier durch Au Wir haben noch keine Zeit Kommt grad vor wie so eine Zirkusschildkröte Los Mach den Weg frei Au Wachsam bleiben Aber klar Das ist eine echte Herausforderung Das ist eine echte Herausforderung Lolo Lolo Oh da kommt der große Dicke beim Hammer Danke Jajajajj Jajajj Dann würde ich sagen wollen wir auch mal direkt hier Auf Pause Und benen die Folge Und in der nächsten Folge geht es dann gegen den Mega Crank Also bis dahin macht's gut, Leute. Tschüssi.